Dann darf ich die Hühnchen suchen, oder? Also ich will nochmal auf die Uhrzeit verweisen. Ja. Geil. Noch 10 Minuten etwa, 15 Minuten. Spinne, ich hab noch ne Sch- Creeper. Ich könnte den Creeper doch eigentlich bei der Spinne hochgehen lassen, oder? Ich geh zu dir ein bisschen hier rein und dann grabe ich mich nach links. Leute, wir brauchen nur noch, ich brauch nur noch, oh Gott, der geht hoch. Nicht. Wir brauchen doch eigentlich nur noch eine, eine Seide für, ähm, einen Bogen, weil ich hab schon zwei. Also lass ich den Creeper hier mal bei der Spinne hochgehen. So, jetzt geh hoch. Gott, nein. Geh bei der Spinne hoch, komm schon. Geh hoch. Ja, 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 ja. Oh Gott, nein. Hau ab, Creeper. Ach, egal, ich muss die Spinne so töten, okay. Taktiken zum Spinn töten, gibt's da irgendwas? Ich glaub nicht. Okay, okay, ich bin gespannt. Ich muss mir neue Fackeln machen. Alter, ich bin so schlecht. Ja, du hast recht. Aber die zwar hab ich nur 0,5 Herzen verloren und die hat mich nur einmal geschlagen, okay. Du hast ja nur noch 4,5 Herzen. Ja. Ich bin dann eh bald raus. Ja, wann wir jetzt die goldenen Äpfel haben. Ne? Ne, ja. Ne? Ne, 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 ne. Genau, ja. Da kannst du ja wieder auf, da kannst du ja wieder heilen. Ja, kann ich dann. Also ich würd sagen, wir verbinden das hier noch. Ja, du kannst alles verbinden. Jupp, würd ich auch machen. Dann können wir irgendwo noch ne Weizenfarm hinmachen. Die wir dann noch so haben. So. Okay, also wir haben 4 Seide. Jetzt, ich hab noch hier noch nen Pfeil und dann kann ich eigentlich schon mal anfangen, mir nen Bogen zu machen. Natürlich. Sagt mir endlich mal ne Schaufel machen, hier ist wieder Gravel. Stimmt, das hab ich auch vergessen. Hä, wie ging den Bogen nochmal? Ja. Drei Sticks in einer Reihe. Nein, die Sticks, die Sticks waren im Bogen. Ach ja. Jetzt in so nem Bogen. Ja, genau. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Schau mal. Ich hab nen Bogen hier. Ich hab ne Höhle gefunden. Okay. Ich hab ein Flint. Ja, hier ist auch noch ein Flint. Also wir brauchen jetzt echt mal Hühner. Ich hab ne Höhle gefunden. Schön. Das Eisen. Und was war noch so dran? Freu dich des Lebens. Okay. So. Gut, dann verbinde ich hier mal. Hm, das wird jetzt hier für scheiß. So. Nein, na. So. Ähm, ich find mal wieder ewig lang nichts, aber wetten am Schluss ist wieder ne Höhle. Bestimmt. Na, ich denk, du kannst, wenn du nix findest, kannst du auch in meine kommen, weil alleine ist das eh immer ein bisschen assig. Langweilig. Hast du ne Höhle gefunden und jetzt, oder wie? Ja. Okay, Leute. Ich hab noch einen Anbau gemacht. Ich hab jetzt so Angst, dass hier irgendein Monster ist. Na, ich komm mal zu dir. Aber es ist ja viel Lava wieder. Moment mal. Hab ich hier ein Stück Holz hingesetzt, oder ist hier mein Schacht? Dann zieh es schon. Wir sind übertrieben. Fuck. Wow. Achso, das war mein Holz. Oh Gott. Hab ich mich immer schon... Boah, scheiße. Ist das viel. Was? Ja, hier in der Höhle. Wohl übertrieben. Wie bist denn du da jetzt runtergekommen mit dem Wasser? Ins Wasser gesprungen. Oh. Ich würd mal ne Treppe runter bauen. Ich baue ne Treppe runter. Ich bin jetzt hier grad in diesem kaputten MPC-Haus. Ich baue das jetzt mal zu. Ist ja das eine kaputte, ihr wisst schon, ne? Ja, so ein MPC-Dorf ist für sowas immer ganz gut. Oh, ja. Soll ich das schön mit Holz zubauen oder mit Cobblestone? Ist eigentlich scheißegal. Aber Holz ist schöner. Hier geht's nicht um... Ästhetik. Ästhetik ist wichtig. Oh, ist ganz schön gefährlich. Oh, wir brauchen ernsthaften Eimer. Und wie wir das brauchen. Mehrere Eimer. Für Lava. Also zwei Lavaquellen haben wir eh hier noch. Bei der Schmiede, ne? Ja. Äh. Ja, aber an den Höhlen haben wir viel mehr. Ja, stimmt auch wieder. Also sollen wir schon mal echt das Nita-Portal bauen? Das könnte aber echt... Ja, den Anfang haben wir ja. Aber ich finde, wir bräuchten mindestens einen goldenen Apfel. Und den nimmt dann einer mit, der ganz viele Leben hat, ne? Und der killt dann die Lohn alleine. Der mit den meisten Leben. Das wärst dann du. Nein. Das wird ja beide... Ihr beide könnt dann reingeben. Und dann habt ihr einen goldenen Apfel und dann killt ihr erstmal die Lohn. Dann können wir hier schon schön Tränke brauen. Das ist nicht so einfach. Oh, fuck. Ich hör ein Skelett. Na, Quatsch. Melonen brauchen wir. Hm. Ja, mit der... Mit dem... Mit der Nita können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Also hier kommen wir in die Höhle hin. Oh, Gold, Gold, Gold. Oh, hier ist es gut. Ja, hinter sowas ist oft irgendwie was. Diamanten können ja auch mal Glück haben. Okay, also ich mach jetzt schon mal was für die Hühner, okay? Und die Hühner schlagen. Wie viel? Ich hab jetzt acht Gold, ja. Reicht für einer. Dann hat der locker noch mal zwei Äpfel, fast. Okay. Ich will ja eigentlich eher Diamanten finden, so, ne? Soll ich dann jetzt Hühner suchen? Gehen. Was? Bist du da? Ja, irgendwie ein bisschen absichern. Ich wollte eigentlich so drumrum bauen. Aber ist ja egal. Pass auf, nicht wieder schlagen. Jetzt ist meine Eisenhacke kaputt. Ja. La, la, la. Ich mach mir mal schnell eine neue. Hast du Holz dabei? Nö, ich geh einfach nach oben. So. Geil, Redstone. Okay. Es wird bald dunkel. Soll ich jetzt schon Hühner suchen oder erst noch warten bis zum nächsten Tag? Ja, warten. Okay, und dann gehen wir wieder alle drei, okay? Alle Hühner brauchen wir jetzt unbedingt. In der Kiste sind, glaube ich, sogar zwei Feile oder so. Naja, es ist jetzt Mittag. Also ich geh jetzt Hühner suchen. Jetzt reicht's mir. Wir brauchen Hühner. Ich hab einen Feil dabei. Da war ein Feil drin, glaube ich. So. Ja gut, das Eisen nehme ich noch mit und dann ist hier unten noch nichts mehr, oder? Ja, man kann halt vielleicht noch ein bisschen graben für... Diamanten, aber sonst... Ah, nicht wirklich. Okay. Rüstung haben wir gleich alle aus Eisen zusammen. Perfekt. Ich hab jetzt nämlich nochmal 20 Eisen und das schon wieder Eisen. Und kannst du mir mal erklären, warum hier nirgendwo Hühner sind? Keine Ahnung. Brauchen wir noch ein bisschen Wolle für Nodop, oder? Ja, wenn Nodop nächstes Mal mitmacht, müssen wir sehen. Ja, weil eigentlich haben wir am Anfang schon gesagt, hätten noch Basti 14 und Nodop mitgemacht. Genau. Und nur die waren heute nicht da. Ja, auf Nodop haben wir fast eine Stunde gewartet und dann haben wir gedacht, nehm' einfach auf. Ja. Okay, hier sind noch Kühe, aber keine Hühner. Doch! Ich hab Hühner gefunden. Leute, ich hab Hühner gefunden. Hühner, 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 Hühner. Ihr müsst mir gleich helfen, weil es wird gleich dunkel. Ich will die Hühner noch zurückbringen. Könnt ihr mir mal helfen? Ich hab so drei, vier Hühner. Ja, ich bin noch in der Hülle. Wo bist du? Ich bin in Richtung... Irgendwas. Ja. Einen Moment, meine Mutter. Ich muss sie auch nochmal kurz pausieren. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, die Hühner... Ja, die sind ja noch alle. Okay, alles klar. Kommt her, ihr Hühnchen. Kommt her. Also, ich hab vier, fünf Hühner. Oder mehr. Und ein paar Kühe. Das wird jetzt gleich ziemlich stressig. Vor allem, weil ich jetzt nicht mehr weiß, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Weißt du auch nicht mehr, wo du langgelatscht bist? Ich weiß grad nicht, weil ich mich eben ausgelockt hab. Mir kommt sofort, als ob ich hier irgendwie... Als ob ich in eine andere Richtung geguckt habe. Welche Koordinaten hast du? Ne, ich werd's schon finden. Ich werd's schon irgendwie finden. Also, ich hab jetzt drei Hühner. Weil die anderen, die wollen irgendwie nicht. Wir haben zwölf Eisen. Kommt schon. Ey, Quatsch. Zwölf Gold. Okay, ich geh in die richtige Richtung. Oh Mann, brauchen die lange durch Wasser. Kommt schon. Kommt schon, ihr blöden Viecher. Na, kommt. Oh Gott, dauert das lange mit denen. Ist ja unmöglich. Ich gucke hier nicht grad mal. Komm schon. Stirb. So. Okay, drei Hühner. Ich hoffe, das geht gut. Ja, ähm... Ich hol noch mal ein bisschen Holz, dass wir Äpfel haben. Ich muss eigentlich jetzt dann schon weg. Okay. Ja, gut, dann beenden wir unsere Aufnahmen jetzt. Dann geh ich nochmal noch schnell in die Hose. Die Hühner. Verdammt. Die Hühner müssen noch kommen. Ja, wollen wir das... Ja, ich würd sagen, ich geh einfach da mal auf und ihr könnt die Hühner noch... Okay. Ja, dann... Okay, dann verabschiede ich mich mal, Leute. Und... Tschüss. Ja. Tschüss. Okay, bin dann weg. Toll, jetzt sind's nur noch zwei Hühner. Jetzt wollt ihr nicht mehr. Jo, ähm... Gut dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh, scheiße. Kommt schon, ihr blöden Viecher. Es wird dunkel. Kommt schon. Nein, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich glaub, ich werd da mehr drauf gehen. In welche Richtung musst du dann gelaufen? In Richtung Sonnenuntergang bin ich jetzt. Ich komm jetzt gleich über den Hügel mit zwei Hühnchen. Die bitte alle überleben. Oh Gott, das ist noch so weit. Kommt schon, ihr blöden... Na, kommt. Die wollen alle nicht mehr, ey. Das eine backt... Ach, komm. Komm her. Ich seh dich. Mich? Ja, dich. Du läufst in meine Richtung. Ah, ich seh dich auch. Das ist gut. Da kommt schon, ihr zwei. Na, das würdest du schaffen. Jetzt hier mal überall ein paar fackeln. Ja, es muss nur einen Hohn rumbacken und schon ist es daneben gegangen. Kommt schon. Na, kommt. Kommt. Die wollen nicht mehr. Das aber. Nee, ich komm. Okay. Kommt schon. Jetzt müssen wir übers Wasser. Das wird spaßig. Können die nicht einfach fliegen? Nee. Dafür sind die zu dumm. Allerdings. Nee, das ist echt eine nervige Sache mit den Tieren. Das wird noch mehr spaßig. Okay, kommt her. Putt. Putt, putt, putt. Oh, es ist schon stockdunkel. Geht doch endlich, Drogi. Mann. Also, echte Viecher würden echt total hinterher rennen, wenn es Essen gäbe. Nein, kommt schon. Kommt. Kommt her. Putt. Boah, könnte es so eine Faust geben, ey. Ja, die, gell. Einfach alle abschlachten. Ey, das geht doch nicht. Du musst deinen Weizen aus... Ja, dann nimm du die mit dem Weizen. Ich passe hier auf. Ich sitze mal hier überall fackeln in der Umgebung, okay? Das ist schon eine Spinne. Die hat mich im Visier, glaube ich. Ich kille sie gerade mal, bevor sie uns zum Problem wird. Pass auf. Die hatte ich. Ja, 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 und sowas von. Ich bin gleich tot. Alter. Aber egal, einen Apfel hätten wir noch. Einen. Scheiße, warum stecke ich so viel ein? Pass auf, guck mal, dass hinter mir jetzt nichts ist. Hinter dir ist nichts. Aber da sind Skeletten. Oh Gott, ich mache eine Tür in die Kirche, okay? Genau, das hatte ich vor. Ich mache hier schnell eine Tür. Pass auf, du gehst zu. Oh Gott. Geh weg, geh weg. Renn, renn, renn. Scheiße, ich bin tot. Ich bin schon sowas von draußen hier. Oh Gott. Warte. Wie scheiße ist es auf die Hühner? Wir holen die nachher. Ja, oh Gott. Komm, komm, komm. Ich laufe jetzt hier außen. Ich muss hier außen rumlaufen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin so dumm. Ich bin jetzt hier langgegangen. Hier ist nirgendwo eine Tür. Wir sollten unten. Jetzt hat mich noch eine Spinnung. Hau dich einfach in ein Haus rein. Ja, hier ist nirgendwo was. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Tür zu. Oh. Wow. Mach du die Tür zu. Alter. Wie viel Herz denn hast du noch? Anna, 1,5. Hast du noch einen Apfel? Nein, ich habe einen Apfel. Ja, dann mach dir einen Goldapfel. Gib mir den mal. Oh Gott. Scheiß für Hühner, ey. So dumme Viecher. Gib mir mit den Apfel. Da liegt er. Hinter dir. Oh. Ja. Boah, ey. Wir müssen hier definitiv alles ausleuchten. Ja, und die Hühner haben jetzt. Die ganze Umgebung. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die Hühner noch. Ja, ich weiß etwa, wo die sind. Da waren noch mehr. Bloß die wollten irgendwie alle nicht. Ja. Danke. Alter. Ja, so ähnlich wie du warst bei mir auch. Bei der ersten Season hatte ich auch so schnell so wenig Leben. Lol. Jetzt hat zwei. Ja, das war's auch schon. Ja, okay. Dann wenden wir uns unsere Aufnahmen. Uh, mit dem gewissen, ey, mit dem Tatendrang die Hühner nächstes Mal zu holen. Ein bisschen mehr Gold finden ist unser Ziel. Und dann war's das, ne? Jo. Tschüss. Tschüss.